Hoffe ich komme da irgendwie ran. So, da ist die Lava. Fuck, jetzt werde ich gleich schon abgekackt hier. Hört doch auf, Freunde. Hört doch auf. Ganz schön heißes Eisen hier, ohne Scheiß. Ah, wird gebrannt. Warum nimmt der das jetzt nicht, weil... Na komm. So, haben wir ein Ei gebraten. So, und das hier kommt noch mit rein. Werfen wir noch eine Kohle drauf. Ich habe echt nur eins gesammelt, die anderen sind verbrannt. Ist ja langweilig. Oh Mann. Na gut. Hätten wir zwei gehabt, hätte ich können, wenigstens hier noch einen Eimer herstellen. Äh, ja, okay. Kann man nichts machen. Ich habe zumindest noch einen Eimer, können wir noch ein bisschen Lava holen. Zack. So, und jetzt gehen wir nach oben. Das lassen wir einfach hier unten. Ja. Äh, ja. Wie ging es nach oben? Gute Frage. Da zumindest mal nicht. Das ist schon ein ganz schönes System, was ich mir gebuddelt habe. Meine Fresse, hör auf. Kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Das ist schon wieder so lange her. Halt. Halt. Ach, hier ist auch Lava. Ach, ich erinnere mich. Das war mein krasser Gang hier. Wo ich damals fast abgefackelt wäre. Geht es richtig oder nicht? Boah, im eigenen Stollen verlaufen. Am Arsch hier. Hilfe. Ich will auch nur hier raus. Ich habe auch überall Fackeln gesetzt. Ich blöd Kopf. Ah, das geht doch einfach so nicht. Das geht so nicht. Kann nicht überall Fackeln hinsetzen. Kann man sich ja nur verlaufen. Ah, warte mal da. Da ist Eisen. Das nehmen wir noch mit. Eisen nehmen wir gerne mit. Ne, ich brauche das ja auch für später. Ist ja jetzt nicht nur, dass ich jetzt affektiv aufgrund der Eimer hier irgendwie Eisen gesucht hätte. Ne, das brauche ich auch für später. Und ich habe natürlich keinen Slot mehr frei. Wie immer. Was hauen wir denn jetzt mal vom Schreck raus hier? Erde, komm. Boah, komm. Warum ich das nicht einzeln nehme? Also, boah, ich bin wieder so ein Held heute. Ich hätte es auch einfach nehmen können, rausschmeißen. Aber ist egal. Jetzt, komm. Scheiß drauf. Es gibt Schlimmeres. Boah, das ist aber auch... Wer baut denn sowas? Hier bin ich wahnsinnig. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Sowas kann man nicht bauen. Freunde, was ist denn, wenn ich hier abstürze, ey? Was habe ich mir damals hier dabei gedacht? Ah, verdammt nochmal hier. Das ist ja... Kreuz gefährlich ist das ja hier. Oh, Hilfe. Das würde ich sowas nie mehr bauen heutzutage. Ach, das ist ja hier. Hier sind wir jetzt rausgekommen. Schön, schön. Gut zu wissen. Okay. Hey. Freunde. Blödsinn. Äh, pff. Hä? Ach, da oben. Okay. Ja, nee. Gut. Ich will jetzt gerne, wie gesagt, hier versuchen. Boah, das wird jetzt gefährlich. Das wird jetzt richtig gefährlich. Oh, fuck, 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 fuck. Boah, ich sag's noch extra. Scheiße bin ich jetzt erschrocken. Alter. Huh. Boah, ich... Boah. Hilfe. Könnte er mit mir nicht machen. Hä? Ah, okay. So, und wenn ich jetzt theoretisch, theoretisch hier grabe, müsste er eigentlich Obsidianen stehen. Ja. Wunderbar. Okay, nur einmal. Komisch. Das ist jetzt komisch. Aber wisst ihr, was ich mache? Hm, ich mach's anders. Ich nehm jetzt mal einmal hier raus. Und kann das somit dann immer wieder machen. Äh, Problem an der ganzen Sache ist jetzt wirklich, ich... Achso, A will ich jetzt mal hier ein bisschen was loswerden. Ich kann jetzt nicht ständig zur Hütte zurückrennen und hier mein Zeug irgendwie in die Lagerhäuser räumen. Ich baue es jetzt einfach mal hier hin. Auch wenn es ein bisschen uneffektiv ist, letztendlich, aber... Ne, ich kann's so nicht machen. Ja, und jetzt brauche ich ja als nächstes natürlich Diamant, ne. Das ist ja gleich mal das nächste. Kann ja gar nicht so ohne weiteres hier losbauen jetzt, ey. Ich hab zumindest zwar Obsidianen, aber... Kann das nicht abtragen, solange ich keine Diamantspitzacke hab. Das heißt, wir müssen uns auf die Suche begeben... Ach, was... Was ich hier für einen Scheiß mache heute. Also, ach, hört auf, hört auf. Ne, ist das schrecklich. Einfach schrecklich. Ne, theoretisch müsste ich jetzt, ähm... Wenn ich jetzt hier... Das hier zumache... Hier jetzt wieder ein Lochbrüttel. Hier jetzt die Lava rein. Ach, ne, die kann ich mir ja dann nicht wiederholen. Also, es ist glaub, wie gesprungen ist, ist sowieso weg. Das heißt also, wir müssten eigentlich, um es sinnvoller zu gestalten... Nach unten gehen, mit Wasser am Eimer. Einmal mach ich das jetzt erstmal noch, weil Lava hab ich ja jetzt eh noch dabei. Äh, aber im Endeffekt ist das ja dann sowieso gleich Obsidian. Sprich also, es ist wirklich gehauptet wie gesprungen hier... Wie ich das anstelle. Die Lava ist sowieso weg. Ne, so, habt ihr gesehen. Ich hab zwar jetzt hier dreimal Obsidianen, aber ich geh jetzt erstmal nach unten. Ähm, mitsamt der Eimer. Äh, die ich eigentlich Wasser füllen wollte, die ich Blödfisch. Seht ihr mal, füll ich raus. In die Eimer natürlich Wasser. Und werd dann unten bei meinen gewissen Lavagruben... Dort natürlich dann ein bisschen umschöpfen. Und da kann ich ein bisschen sparsamer hier mit meinen ganzen Vorräten umgehen. Die Frage ist jetzt, hier sind wir zwar vor uns auch langgekommen. Ich muss mir das alles mal ein bisschen merken hier. Ein paar Seitengänge zumachen. Denn die Höhle ist nicht wirklich übersichtlich. Das müssen wir zu meiner Schande gestehen. Ja. Und da muss ich mir hier unten natürlich wieder Spitzhacken bauen. Eine hab ich noch. Ja, die brauch ich natürlich auch dann später, um das Diamant abzutragen, falls ich welches finden sollte. Jetzt bin ich also hier. Äh, ja, ich hab wirklich keinen Schimmer mehr, wo ich bin. Da unten sollte eigentlich mein... Ja. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Also, ich brauche... Erstmal ganz paar freie Slots eigentlich. Also, ich müsste hier so viel Zeug wegfeuern. Ich hab ja auch noch eine Werkbank dabei. Wieso? Wieso? Komm, scheiß drauf. Weg. Weg, sag ich. Weg. Zack. Ne, ich brauche freie Slots. Unbedingt. Werd jetzt auch gleich nochmal hier reingehen. Obwohl ich die eigentlich schon tot gemacht hatte, diese Mine. Bisschen lichtsparender. Ja, und werd hier nach Diamanten suchen. Weil ich bin ja jetzt, wie gesagt, Höhe... Na gut, Höhe 15 ist noch nicht ganz. Das gelbe vom Ei. Wir müssten eigentlich mal runter auf 10. Boah, scheiße. So ist der Lava. Hör doch auf. Können wir nicht mit mir machen, Freunde. Ach, immer dieser Scheiße, sag ich euch. Na gut. Gehen wir noch ein bisschen nach vorne. Jetzt hab ich wieder das Problem. Mit den Chunks. Was eigentlich einfach nur am Rechner liegen kann, weil das ist einfach nur Scheiße. Höhe 10. Scheiße, Dreck. Ich raste aus hier. Ich raste echt aus. Ich will doch einfach nur Lava. Ach, Diamanten. Mensch. Ich geh woanders suchen. Komm. Hört auf. Keine Diskussion. Ich will keinen Kommentar mehr hören. Bitte. Ich ignoriere auch jegliche Kohle, alles. Ich will hier einfach nur raus. Es mir wieder das.